Platz an der Sonne oder riskanter Ausflug? Darüber sprechen wir jetzt mit Ilja Notnagel. Er ist Außenhandelsexperte des Deutschen Industrie- und Handelskammertages. Herzlich willkommen, Herr Notnagel. Guten Tag. Wie wir in dem Beitrag gerade gesehen haben, mal eben eine Firma im Krisenland Spanien kaufen. Wie bewerten Sie das? Denn die Stimmung dort ist ja nicht allzu gut. Wirkt es denn auch Risiken oder sehen Sie vor allen Dingen Chancen? Also es gibt durchaus Chancen. Es gibt sehr wettbewerbsfähige Unternehmen in Spanien. Und die politische Stimmung, die vorherrscht, trifft nicht so sehr auf die Unternehmen zu. Die deutschen Firmen sind dafür bekannt, qualitativ hochwertig zu produzieren, solide Geschäftspartner zu sein. Und man ist als Investor sehr willkommen. Und das haben wir ja gerade gesehen. Als Investor kann man durchaus auch gute Unternehmen finden. Und auch die Mitarbeiter begrüßen möglicherweise die deutschen Investoren? Ja, eine Investition bringt ja auch immer eine Sicherheit für den Arbeitsplatz, eine Zukunftsperspektive. Und ein neuer, starker Partner aus Deutschland kann durchaus dazu beitragen, dort auch für Wachstum zu sorgen. Apropos Wachstum und Chancen. Gucken wir mal auf die Wettbewerbsfähigkeit dieser Firmen und hier auf die Lohnstückkosten. Man sieht sehr deutlich, die Entwicklungen in den Krisenländern Spanien, Portugal und Griechenland sind klar. Erst in den vergangenen ein, zwei Jahren fallen die Löhne und die Produktion wird dadurch günstiger, damit auch konkurrenzfähiger. Woran liegt das denn? Und vor allen Dingen, was bedeutet es? Also es liegt erstens daran, dass viele Reformen angestoßen wurden. Es wurde das Weihnachtsgeld gestrichen, das Urlaubsgeld wurde gestrichen, Feiertage wurden abgeschafft und die Lohnnebenkosten wurden gesenkt. Das heißt, für die Unternehmen ist es einfacher und preiswerter, Mitarbeiter einzustellen und zu halten. Und das sorgt durchaus für Vorteile im internationalen Wettbewerb. Man kann dann einfacher auf dem Weltmarkt agieren. Und das sieht man in den Krisenländern. Überall steigen die Exporte. Das heißt, international sind die Unternehmen schon erfolgreich. Im Inland wird das noch gebremst durch die Reformmaßnahmen, die auch mit Steuererhöhungen einhergehen. Aber auf der internationalen Bühne ist das sehr interessant und das ist auch für deutsche Unternehmen sehr interessant, dann dort zu investieren. Und lässt es dann auch Rückschlüsse zu, wer dort investieren sollte, auf welche Firmen man setzen sollte? Also derzeit ist es sicherlich immer eine Frage des Einzelfalls, welches Unternehmen man sich dort heraussucht. Das sind vor allen Dingen interessante Unternehmen, die halt auch schon international aktiv sind, wo man zum Beispiel auch Märkte in Lateinamerika mit dem Unternehmen zusammen erschließen kann. Sehen Sie Probleme möglicherweise, um nochmal auf die Stimmung zu kommen, wenn man einen Zulieferer kauft, der jetzt mit den Mitarbeitern so schwere Bedingungen hat und dann den direkten Vergleich hat zu einem deutschen Unternehmen, dass das für die Unternehmenskultur nicht allzu günstig sein könnte? Das ist durchaus eine Herausforderung, beide Unternehmenskulturen zusammenzuführen, aber das gilt immer, wenn man im Ausland aktiv ist. Wichtig ist zu zeigen, dass man den Mitarbeitern eine Perspektive gibt und dass man ihnen eine Zukunft gibt und dass sie Teil des Unternehmens sind. Das haben wir sehr beispielhaft gerade gesehen. Also da gibt es sicherlich nicht so große Herausforderungen, als wenn man dort einfach nur vorbeigeht und das Unternehmen kauft. Wenn man mit den Leuten kommuniziert, hat man dann sicherlich eine sehr motivierte Belegschaft. Kommt es also auf den richtigen Ton an. Besten Dank für dieses Gespräch, Herr Notnagel. Sehr gerne. Vielen Dank.